Moin Leute, Trimax hier. Es ist Epic Sunday im Shop. Meine Lieblings-Legendary-Card ist hier dabei, der Eismagier. Ich habe ihn leider nur auf Level 1, brauche ihn unbedingt, unbedingt auf Level 2. Den holen wir uns jetzt hier kurz, ich habe zwar gerade kein Gold. Das machen wir mit Juwelen, das ist es mir wert. Zack, da haben wir den Eismagier. Und dann graden wir den ganzen noch ab. 5000 Gold, machen wir auch mit Juwelen. So, jetzt ist der endlich Level 2. Ich habe mich schon so oft während meinen Streams darüber beschwert. Jetzt haben wir ihn endlich. Das jetzt hier nur als kurzes, kleines Video. Heute wird es natürlich auch noch einen Stream geben, heute Abend. Da werde ich den dann auch verwenden. Okay, bis später.